Hallo liebe Vampir-Schwestern-Fans, hier sind Laura und Martha, die Vampir-Schwestern, genau. Und jetzt kommt der dritte Teil ins Kino und wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß und natürlich gibt es auch das Buch zum Film, was ihr alle kaufen müsst und lesen müsst. Genau, am 8. Dezember kommt das Ganze raus, der Film, und guckt es euch an, es wird cool. Wir freuen uns. Tschüss! Mein Name ist Zimmer-Lieber-Schulz, ich spiele den Modo in Vampir-Schwestern 3 und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Film und bei diesem Buch, wo ich gerade die ersten Bilder aus dem Film gesehen habe, den Film, den ich kenne und mich selbst sehr darauf freue. Aber ich gehe davon aus, dass es das Schönste ist und viel Spaß damit.